Wir werfen das Los darum, auf das erfüllt wird, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen alldau und hüteten sein, und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zween Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Köpfe und sprachen. Die aber vorübergingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Köpfe und sprachen. Es gleiten auch die hohen Priester spotteten sein, samten Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen. Die aber vorübergingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Köpfe und sprachen. Die aber vorübergingen, und schüttelten ihre Köpfe und sprachen. Die aber in derortun, die wird schon ... Die aber in der dich… Die aber ... Die aber in der dich … Die aber in der dich .. Die aber in der dich … Götzelnüchter … »Das Gleiche schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm bekreuziget wurden.« Untertitelung des ZDF, 2020